Da ist er wieder, der Erklär-Mike für On Air TV. Heute mit dem legendären Sportschau-Club aus Herthen. Deutschland spielt gegen Italien und jeder von euch da zu Hause denkt wahrscheinlich, gleich vor den Fernseher, deutsches Bier, italienisches Essen, zum Beispiel Spaghetti. Und die meisten Leute von euch denken ja, Spaghetti kommen aus Italien. Nein, die kommen aus China. Die haben es viel früher erfunden, die Italiener haben es nur im 17. Jahrhundert exportiert und nennen das jetzt, na, bella Italia, Spaghetti. So sind sie halt. Gleich bei uns auf dem Rasen, zusammen mit den Deutschen. Aber Rasen erinnert mich auch noch an den Rasierer, den ich mal verschenken durfte. Im Fußball-Design für mein Publikum habe ich ins Publikum gefragt, wer möchte was umsonst haben, das ganze Publikum. Ich, ich, ich. Da gehe ich so ins Publikum und frage einen jungen Mann, wie heißt du? Der sagt, Tim. Ich sage, Tim, sag mal, wie alt bist du denn? Er sagt, acht. Ich sage, Tim, was willst du zur Hölle mit einem Rasierer als achtjähriger Junge? Und er ganz sprecht zu mir, der ist ja meine Mama. Und die saß daneben, viel Spaß heute.